Ja hallo, mein Name ist Max Hopp und ich freue mich sehr, dass ich heute gegen Jonas Hofmann antrete, einen Fußballer, den ich sehr schätze. Und ja, die Story dahinter, er hat mir mal ein Foto geschickt, wie er eine 180 geworfen hat. Ich glaube ihm das bis heute nicht, die waren bestimmt reingesteckt. Jetzt soll er mir doch mal zeigen, was er an der Scheibe so drauf hat. Ja, das werde ich machen. Vielleicht treffe ich sogar einen neuen Doppel. Wir spielen Best of Five, 501 Doppel-Out und ich hoffe natürlich, dass ich den Jonas platt mache. Davon gehe ich auch raus, aber wir werden nachher noch eine Revanche in einer anderen Disziplin haben. Machen wir zur Pulsei auch bei Anfängen? Würde ich sagen, oder? Ja. Jaaa! Nächste Disziplin. Pfeile klimpern. Echt? Um den Gegner aus dem Konzept zu bringen. Ehrlich? Während der andere wirft. Ich scharfe mit. Ja! Ja, jetzt hat er Respekt. 20 ist ein bisschen mittiger. Was habe ich gekostet? Mit einer 180 würde ich mich überwerfen. Ich würde sie trotzdem werfen. Einfach nur, weil ihr habt ja den Anspruch, das Höchste zu werfen. Ah, ich bin draufgegangen. Was habe ich noch so, Rest? Nein! Jetzt mache ich die 14, jetzt möchte ich die Doppel-16. Probieren wir es mal aus einer anderen Perspektive. Boah! Ich habe ja gewonnen eben. Das heißt, du darfst anfangen. Ich darf anfangen? Okay, stimmt. Das war ein Break. Das war sogar ein Break. 100. 161. Kann man checken. Boah! So, da ist der Erste. Brauchen wir in Treppe 17. Die Runde war nicht gut. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich werfe, kommt gerade der Wind. 64 zu 330. Probieren wir mal hier über die 16 wieder. Check. 2 zu 0 für mich. Ich hasse es zu verlinken. Ich muss immer gewinnen. Ja, der soll einfach mit links werfen. Der muss ja nichts sagen. Sonst ist das eine richtige Demütigung. Guck mal. 26. Was ist los, Hoffi? Ja! Steht schon 2 zu 0 hier. Aufrejagt. Komm, ich spiele mal mit links hier. Da habe ich wirklich eine heftige Streuung. Echt. Und jetzt ein Trippel. Ich habe immer noch 48 Punkte hier. Jonas, da wir ja beide negativ auf Corona getestet sind, kann ich dir ja mal ein bisschen näher kommen. Okay. Und leg mal einen Pfeil hier rein. Jetzt zeige ich dir den ultrageilen Frickshot. Du wirfst jetzt einen Pfeil, du zielst aber gar nicht, sondern du haust ihn durch. Aber mit Schmack ist, dann fliegt der Pfeil aus deiner Elle hoch und dann kannst du ihn aus der Luft fangen. Das schaffst du. Konzentrier dich darauf, dass du den fängst. Den einfach nach vorne dreschen. Come on! Ja! 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 Boah! Fast. Das wäre fast ein One-Take gewesen. Das wäre geil, wenn der Zuh drin gesteckt hätte. Fast ein One-Take. Diese Eins neben der Zwanten. Ich werfe mal wieder lieber mit rechts. Wenn es ganz schön windig ist. Boah! Ah! Stark! Jetzt werfe ich wieder mit rechts. Und Trippel. Trippel 20, 52, 12. Tops. Machen wir mal. Jawohl! 100. Angesagt! Wieder am Rennen. 92, das geht auch noch, ne? Trippel 20, Doppel 16. 72. Was macht man am besten? Also 72, ich wähle immer den Weg, Trippel 16 und 48 Punkte für 24 fest. Du kannst aber auch mutige Variante, das ist Doppel 18, Doppel 18. Oh! 2x36. Uff! Okay, Mut hat er auf jeden Fall. So, 64. 71 habe ich. 71. Ich spiele sie immer. Doppel 13, Doppel 60. Doppel 13. Doppel 16. Das wäre es gewesen, das wäre so geil gewesen jetzt. Nein! Doppel 20, Bullseye. Doppel 20, Bullseye. Okay, wenn du das sagst, treffe ich natürlich die Doppel 20 nicht. Oh, dafür ist die 50. So, 60. Ich glaube, ich rufe dich frei rein. Uff! Ich spiele die 50 riskant. Einen hier daneben. Wer sollte daneben? Oh, die Doppel 19. Dein Feld. Doppel 19. Dein Feld. Oh, oh. Ja, das gibt nichts. Das gibt nichts? Ja, das gibt nichts. So, wenn ich das jetzt mit links mache. Oh, ne, hör auf! Das wäre voll die Demütigung hier. Uff! Einfache 19. Das ist der Klassiker. Jetzt lande mal bei Doppel 1. Oh! Mach mal was hier halt. Chapeau, Jonas. Unter dem Druck ein Pfeil in der Hand. Ja. So kann man umgehen. 2 zu 1 Führung. Oder? Ja. Zum Entscheidungsleck lassen wir es nicht kommen. Das ist ein Versprechen. Ich habe ja vorhin das Bullseye gewonnen. Ich erwähne es noch mal. Jetzt ist der Max jetzt dran. Auf geht's. Ei, ei, ei. Der Wind wieder. Jetzt baue ich ihn auch noch auf mit meinen schlechten Würfen. Ah, geh doch. Der letzte muss auch noch rein. Der Wind könnte ein bisschen weniger sein. 41. Das soll man betonen. Ich habe jetzt mit einem Wurf mehr als er mit zwei, ne? Ach, ja. Fürs Protokoll. So. So. Oh, leck mich doch. Kein Triple. Hm. Das ist wahr. Wirklich diese 1. 100. Diese 1. Jetzt habe ich Druck auf die 100, oder? Bullseye, Bullseye wäre frech. Das geht auch. Dazu muss man erstmal in die Nähe kommen. 83. Triple 17. Auch nicht. 66. Was habe ich jetzt? 40. Aber das ist vielleicht deine letzte Chance. Ich werde ja keinen Druck machen. Äh. Drucksentworte. Habt ihr gesehen, ne? Entscheidungslag. Dieser 1. Ey, das ist Wahnsinn. Darts ist keine Outdoor-Sportart, so wie Fußball, ne? Rest Max. 29. Oh, Druck. Jetzt haben wir Spannung. 15. Er trifft die 20. Er braucht das Bullseye zum Sieg. Er nimmt sich Zeit. Er schaut auf seinen Fall. Er versenkt. Nicht. Wollte ich noch beifinden. Ungerade sogar noch. 129. Ja, perfekt. Ja. Noch besser. Super. Ist das schlecht. 11. 11, ja. Noch bis 16. Er hat aus Knien so gut funktioniert. Das sind ja noch mal. Das war was. Da ist das Ding. Ah, das ist gut, was du machst. Das ist komisch. Yang拍s! Ja! Ja! Ja. Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020